Mein Name ist Stefan Scheidecker. Ich bin der technische Leiter und Barleiter der Firma Scheidecker GmbH Abbruch Erdbau in Kernung. Geschäftsführer ist meine Tochter Nadine Scheidecker. Wir sind hier in München Freimann. Hinter uns machen wir einen Abbruch eines Zweifamilienhauses mit ca. 1000 Kubikmeter am baueren Raum. Hier wird das Bestandsgebäude abgebrochen, später abgetragen von Humus und Rotlage für Vorbereitung der Verbauarbeiten für den späteren Ausdruck. Also ist eine sehr leistungsstarke Maschine. Wir sind sehr zufrieden damit. Gerade jetzt in der Größe ist für die Herausforderung genau richtig. Wir kommen auch sehr gut zurecht damit. Die Baggerfahrer sind sehr zufrieden damit. Also wir sind hier in der Gratelspitzstraße 52. Das ist Münchner Ostenberg am Leim. Wir haben hier einen Abbruch von einem Einfamilienhaus getätigt und führen jetzt nach dem Stahlspundwandverbau den Erdaushub durch für ein Mehrfamilienhaus. Hier im Hintergrund sehen wir den neuen Kettenpacker von Hitachi, den ZX-100-7. Die Maschine ist sehr effizient und leistungsstark. Für den Fahrer bietet sie erheblichen Komfort mit Ausstattung wie Klimaanlage, Kühlschrank, auch das Schnellwechselsystem, was alles über die Displaysteuerung gesteuert wird. Einfach top ausgestattet die Maschine. Der Verkäufer von der Firma Kiesl hat uns sehr gut beraten bei den Maschinen. Auch zur Probe der Maschinen, dass wir für drei bis fünf Wochen die Maschine testen dürfen. Und auch der Service, Werkstatt, alles. Wenn der Service benötigt wird, sind sie sofort da, sofort einsatzbereit. In jeder Lage wird mir hier bei Kiesl geholfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017